So ihr Lieben, wir sollen jetzt für dieses Wesen da 500 Seelen sammeln. Ich denke mal, das dürfte kein Problem sein. Auch wie eine arme Lebe. Das ist der Kette, aber so. Kommt nur einer. Ich war wohl mit der... Aua, Aua. So. Oh. Der ist sauer. Ich glaube, der hat auch der Meerbuch. Ich kann nur ein, zwei Seelen. So, guck mal her, hier. Das ist jetzt gleich die Fahne. Ja, uff, mach doch nicht das Auto, Carpoll. Ähm. Ich glaube, ich bin immer hier. Buh. So. Hier ist noch ein Taxi. Ich hab gehört, du hast eins gestellt. Ja, komm. Ja. Aua, hab ich einen kleinen gedrucken. Aua. Moment, Moment, Moment. Oh. Boah, der ist ein Eisgrüßteiler, aber dafür sein soll. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Äh, und hier ist noch ein Taxi? Ja. Warte mal, guck mal hier. Gefällt dir das? Nein? Was denn, warum musst du denn haben? Was denn? Was denn? Oh, Mann. Dann mei. Ja. 335 Kann ich auch die Bäume kaputt machen? Jawohl! Bäume haben wir auch blöd! Hallo! Kann man hier runter? Ja, ja, im Untergrund, da war der für manche dunkle Gestalt hier. Wo kann man denn hier hin? Da ist Wasser. Kann man überhaupt schwimmen? Wir können uns da oben lang hangern, da ist eine Kiste. Okay. Kann ich auch hier oben da dieses... Ja, okay, da auch. Äh, was ist das? Au! Das ist ein Pfleger. Tauchen. Drücken sie O. Zum Abtauchen und Dreieck um aufzutauchen. Gut. Ah, Unterwasch ist... Aha. Artefakt. Soldat. Diese alten Insignien wurden den Legionen der Hölle als so fehl für das Blutbad in den letzten Tagen der Welt überreicht. Bringen sie sie zu Wohlkrim, damit er sie dafür entlohnt. Aha. Okay. Und wie lange kann ich hier tauchen? Als nicht mens? Keine Ahnung. So. Ich bin schnell wie ein Uber oder Torpedo. Das ist so komisch das Ding wieder. Ja. So. Weg mir das Vieh. Und blau sind die Seelen. Oh, beinahe 500. Aber noch nicht ganz. Okay. Okay. Hui. Gut. Dann gehen wir wieder raus. Hier. Die Ordnung ist da nicht viel mehr. So. Eis. Okay. Da geht er noch ganz. Das wird nicht mehr. Hm. Hi. Vogel. Gut. Wieder ein paar Seelen. Oh. Oh. Ich habe auch die Arme vergessen. Wo? Oh. Ah, hopp. Da können wir nicht drüber. Ich meine. Gut das ist eine Kiste. Die ist blau. Oh, eine Riesensäle. wir haben jetzt genug seelen um wohl grüms hunger zu stillen ja ich kann er jetzt unsere neugier still diese alten tore haben ihren eigenen kopf aber hier wirst du vielleicht verstanden werden hinter dem tor musst du sammels gefängnis suchen einst war sammels macht fast so groß wie die des dunklen prinzen manche sagen sogar er sei eine bedrohung gewesen du wirst feststellen dass er kein freund des zerstörers ist komm zu mir wenn du noch mehr seelen gesammelt hast ich werde dich dafür entlohnen ich sag's ja wie bei dark souls einen pack bewegen doch wir hatten die hoch er drücken sie er zwei um das horn zu benutzen werden sie erst tragen man für lebewesen werden vom ohrge mit torben den ruf des horns auch zurückgestoßen aha mal gucken ja gut zu weit das horn muss er in der rechte seite was macht er denn so weg die werden die das tor ja ja ich wollte nur gucken ja gut wow besser kein tolles und signal meiner ahnen endlich aus dem traumlos im schlaf erwacht der zerstörer der zerstörer ja an seine dienste sind wir gebunden obwohl wir feinde bleiben daher sind seine feinde unsere freunde schreite ihn durch folgend du musst den sieg bringen du musst die freiheit bringen wenn das das tor war kann ich es kaum erwarten herauszufinden was dahinter ist hmm hmm dann gucken wir doch mal was hier ist auf jeden fall ist hier was im wege da können wir nicht lang so gehen wir einfach bei der anderen treppe mal da ist ein dicker aua aua du tust mir weh aua oh der lach der na gut komm hier ich sag quettlich in die kackfliege man aua hey ja du auch mein weg mit dir hier springen wir da runter da ja kann ich was bei dir drauf werfen so von oben nach unten mal gucken hau ups ah ja ich hab wieder einmal lachen ähm mal gucken mal gucken auau oh ha äh Da haben wir nichts mehr. Kann man ja, ich brauch mal ein bisschen Grünzeug hier. Ähm, okay. Wobei, das ist hier gesperrt. Ah, genau. Ja, haus ich weg hier, komm. Tack. Und das, und das hier. Und das. So. Och komm, ey, bin ich fertig, ich hoffe ich. Na gut. Ja, ja, ja. Du hast dich bald ausgelacht. Ähm. So, weg mit dem. Und weg mit dem. Jetzt kommen wir gleich dabei noch an die Kurve, ne? Halt, da ist was. Aha. Gut, da ist noch eine Grüne. Ähm. Hier. Hier. Hier sind keine Gegner. Warte mal. Ah ja, wir können auch wieder zurück. Das ist gut. Da komm ich wieder raus. Ich glaube, da will ich auch hin, ne? Warte mal. Warum nicht irgendwo oben da so ein Gegenstand? Oder was das war. Da komm ich aber so nirgends hoch. Wie sehe ich dann. Weil oben außerdem auch noch gesperrt ist. Hm. Gut. Ja, 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 sehr gut. Da komm ich auch von der anderen Seite oder wo auch immer hin. Keine Ahnung. Dann gucken wir mal hier draußen. Der glügelnde Galgenturm. Aha. Wir kämen wieder zurück. Das ist wohl mal gut zu wissen. Der glühende Galgenturm. Man weiß eigentlich, was das für ein Gegenstand war, was ich da gesehen habe. Keine Ahnung. Aber wenn da so viele Ecken gesperrt sind. Hm. Wieso kann ich hier irgendwo... doch! Halt! Das sind die kleinen von großen Aua! Ja! Schönes Fleiß, einmal mitten durch... oder so, jetzt gut durch... Hey! Wer sitzt denn hier? Boah! Oh Mensch, der lebt doch noch hier! Und der dreht sich und der dreht sich wie ein Braten am Speed hier, Mensch! So! Da hinten ist irgendwas! Wer kommt denn da aus der Hölle? Oh, der wird hier zu kurz gebraten! Durch gegrillt oder wie auch immer! Hier ist auch so ein Höllen-Eingang oder was wir sagen sollen! Genau, kühlt immer ab da! Ich sag, wir brauchen hier keine Höllenwesen! Gut, da kommen wir sowieso nicht durch! Ui! Und es fliegt! Und es fliegt! Ähm... Da ist noch einer! Ey, auf die Mafia! So! Hier ist keiner... Auf einmal so eine Musik hier! Was ist das? Achso, da kommt er raus! Vohlkrimsposition! Eine neue... Vohlkrimsposition wurde in der chronischen Zoo gefüllt! Sei gegrüßt! Ja! Sei gegrüßt! Ähm... Was ist das für eine Kugel? Ah... Die kann auch... Achso! Bruchstücke von Zornkernen Sammeln Sie vier Bruchstücke, um eine Zornkern zu erzeugen! Dieser erhöht... Kriegsmaximalen Zorn! Aha! Guti! Dann würde ich sagen... Hier ist einmal eine Pause! Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge wieder! Bis dahin macht's gut und... Bye-bye! Tschüss! 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 Tschüss!